Heute gibt es für euch China-Böller C von Kellerfeuerwerk. Fünf Stück sind in einer Packung. Gucken wir uns mal ein bisschen die Verarbeitung an. Die ist ja meistens eh immer best zu wünschen übrig. Und ja, so gut sehen die jetzt auch nicht mehr aus. Ich bin aber gespannt auf den Knall. Der ist ja im Endeffekt das, was zählt. Und es sind meine ersten C-Böller in meinem Leben. Also zumindest hatte ich als Kind wahrscheinlich mal welche, aber ich kann mich da nicht mehr dran erinnern mit meinem Vater. Ich freue mich darauf, dass ich endlich mal C-Böller habe. Und ja, vielleicht können die auch überzeugen im Knall. Viel Spaß beim Test. Keller C.